Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Turo. Ich krieg's einfach nicht hin, diese Dinger einzusammeln. Immer bei der Seite haut's mich runter und ich hab keinen Bock mehr. So, wir bringen den Schlüssel jetzt zurück. Ich hoffe, ich mach wenigstens so, irgendwie war mir mal was richtig, das wär ganz vermoos. So, ja, was ich aber noch holen werde ist, aber das hab ich gerade vorhin vergessen, und dann noch einmal diese Dinger da, wenn ich das noch mal hinbekomme zum fünften oder sechsten Mal. Ich will hier nur noch raus. So, so, passt. Ich will hier nur noch raus, die Frage ist nur, wie kommen wir hier raus? Ich fern jetzt einfach mal wieder zurück. Die Muni nehm ich noch mit. Oh, da, da, Nanu, hä, hallo, da. Ja, vielleicht lassen wir die Pistole einfach mal. Unser treuer Freund, die Pistole. Wah, Käfer. Getier, Käfer. Alles da. So, ich bin halt einfach zu doof. Ich muss mich dem bewusst sein, ich bin einfach zu doof. So, gut, schnell hier durch. Da hab ich gar nicht umgeschossen, weil ich keinen Bock mehr hatte. Ich glaub, ich mach da was verkehrt. Da wär's sicher da oben irgendwie, wär's weitergegangen. Ich hab keine Ahnung. Ich will hier einfach nur noch raus, wenn ich den ganzen Weg zurücklaufen muss. So. War dann hier oben dann der Ausgang, gell? Ich hab keine Ahnung mehr. Ich hab's vergessen. Ich hab das Video auch nicht bis, so, ja, mein, ich schau mal nach, Geschichte da. Gar nicht bis zu Ende durchgeschaut. Aber wir sind eh schon in der Nähe vom Eingang. Glaube ich. Na, mir mit? Ah, wie leid das? Und deshalb... Ähm, ja, wenn ich einfach mal so zu Fuß zurück... Und, gut, das... Ja, da haben wir eh alles umgehauen. Passt schon. So. Hauptsache, wir haben den Schlüssel. Alles andere ist nicht so wichtig. Servus, du Grafler. So, nix wie durch. Boah, geschafft. Geschafft. Und sofort speichern. Hierhin. Ja, bitte. Darauf. Ja, bitte. So. Zurück. Wir haben jetzt endlich hier auch den letzten... Boah, in Kapitel 4 den letzten Schlüssel bekommen. 4. Wo fehlt denn was? Da fehlt was, ne? Kapitel 6. Jawohl. Äh. Jo. Der Kapitel hat's, glaube ich, auch ein bisschen in sich. Würde ich mal meinen. Ja, wieso soll's leichter werden, ne? Ich speichern nochmal drauf und drüber. Wieso soll's denn leichter werden? Keine Ahnung, es war grad ein Gedanke aus der Not heraus. So. Warte mal. Was haben wir denn da? Schlüssel. Wir haben hier auch drei Schlüssel. Alles klar. Mal schauen, ob wir die auch finden tun. Was haben wir denn dahinten? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dieses Kapitel hier riesengroß sein wird. Ja. Sagen wir so, es ist zum Befürchten. Voll, die werden wir brauchen. Ich werde auch versuchen, nicht mehr allzu viel umzuhauen. Angegnern. Nur das, was not ist. Nur noch das, was not ist. So, Gott, so. Passt? Wow. Hätte grad nicht gedacht, dass wir den schaffen. Aber, jo, Hammer. Ich bin schon nervös und schieb schon auf alle möglichen Dinger. So. Ich dachte, das ist eine Munition, dabei hat der Panzer dieses Viechs so komisch ausgeschoben. Ich renne einfach mal vorbei. Wird wohl hoffentlich passen. Jo, Granatenwerfer. Aha, ja, nehmen wir. Geh'n mit. Genau, stimmt. Oh Gott. Jetzt ging's da irgendwie. Wow. Immer runter. Wahrscheinlich. Oh Gott. Ja, es geht hier runter. Ja, es geht hier mal runter. Aber wo und wie und darüber oder hier runter? Äh, ich denke mal hier runter, oder? Ja. Wow. Glück gehabt. Ich bin nicht abschützt. Oder ist das falsch? Ich hab' keine Ahnung. Ich renne einfach mal. Hoi de ka. Hoi de ka. Hoi de ka. Und juhu. Ja. Ich hoffe mal, das stimmt so. Ich gebe keine Garantie. Was? Die Beine sind mal erledigt. So. Okay. Mehr Muni von der Sorte brauchen wir nicht. Oh tja. Ja. Einen Muni von der Sorte brauchen wir nicht. Einen Muni von der Sorte brauchen wir nicht. Aha. Ja. Okay, warte. Ich hab da was gesehen. Da geht's runter. Ja. Wow. Oh je. Ach, du Heilige. Ja. Ich bin auch Turok. Ach Gott. Wow. Ich hab's nur grad von oben gesehen, dass es hier sein müsste. Also, weitergehen müsste. Wow. Ja, ich mach auch gleich mal. Wow. Oh Gottchen. Echt mal schießen da drüben? Tatsächlich. Das geht sich aus. Okay. Geht sich das... Ja, muss sich ausgehen, ne? Okay. Au. Passt. Der ist erledigt. Wie viel da drüben was? Ich hab keine Ahnung, ob wir ihn treffen tun. Ja, ich hab was getroffen. Das ist schön. Wie komm ich da drüber? Entschuldigung, wenn ich das da hier kriege, kriege. Okay. Okay. Jawohl. Passt. Entschuldigung, ich bin jetzt ziemlich langsam. Ich weiß. Aha. Passt. Passt. Oh Gott. Ja, ja. Passt. Super. Schön Damage bekommen. Das ist wieder ganz toll. Passt. Ich glaub, da müssen wir... Darüber. Alter Schalter. Was? Wer ballert denn da schon wieder? Da drüben. Passt. Sehr schön. Boah, Alter. Ja, stimmt. Na komm. Passt. Oh, da müssen auch welche. Passt. Okay, die Muni brauchen wir nicht mehr. Okay. Aha. Wird da, was ist da auch? Ja, tatsächlich. Ja. Ich bin entzückt. Den hab ich erwischt. Krass, das Pferd. Aha. Okay. Okay. Jo. Okay. Keine Ahnung, was es da oben gibt. Ich hab auch keine Ahnung, ob ich den Sprung hier schaffe. Ich hab so Bammel, ey. Ich wusste, es ist schaff's nicht. Ja. Mein Rucksack ist weg. Oh Mann, ey. Ja, ja. Du mich auch. Ach Gottchen. Scheiße. Wo muss ich jetzt hin? Darunter? Ich glaube, ne? Ich hab keine Ahnung. So. Oh Gott, so weit hinten? Da kann ich nochmal laden, ey. Nee. Nee, nee. Das klappt so nicht. Da kann ich gleich nochmal laden. Das ist eh schon wurscht. Alter Schwede. Heul und Schnief. Ist das der Sechser? Ja. Das Kapitel ist wild. Ja. Das seh ich jetzt schon. Das ist ganz, ganz wild und böse. Ganz, ganz wild und böse. Und mir leid. Das muss leider sein. Steh weg. Steh weg. Rauch. Steh weg. Rauch. Steh weg. Nichts. Jetzt kommt gleich Specki, glaube ich, ne? Was heißt das hier? Ja, ja. Passt, wo der jetzt herkommt, keine Ahnung. Da drüben war nix. Da kommt jetzt der richtige Specki. Dann rennen wir vorbei. Dann haben wir hier und das und das. Da drüben war da noch was. No. Oh, um Gottes willen. Heuleka! Passt. So. Aber da ist jetzt gerade vor ein Kontrollpunkt. Aha. Da bin ich einfach bei gerauschen, ohne dass ich es mitbekommen habe. Jo, alles schlecht. Passt. Da hebt er ab. Und dann nochmal da rüber. So. Ach du, jetzt sind da komme ich nie durch. Niemals nicht. Alter, da kann ich ganz schön viel ohne Aufnahme spielen. Und dabei habe ich mir so Mühe gegeben, dass ich mich hier kriege. Nichts für mich. So, sterben. So. Minigun-Punition ist gut. So. Also. Langsam Zoki fallen lassen. So. Brav, jetzt okay. So. Zack. Zack. Und. Hüpf. Brav. So. Dann wegballern. Den braucht niemand. Heuleka! So. So. Den drüben wegballern. Passt. Springen. So. Au. Träf ich hin? Träf ich was? Ich habe keine Einbrüche. Jawohl. Jetzt auch. Jawohl. Das ist so ein Dreck. Das ist so ein Dreck. Heuleka! Puff. So. Wo da unten. Du musst auch weg. Jawohl. So. Heuleka! Hüpf! Der drüben ist auch weg. Boah, der war super. Der war schön, der Schuss. Der war auch nicht von schlechten Eltern. Trottel. Dann. Träf ich. Au. Wah. Wah. Bildschuss haben wir noch. Ist gut. Passt. Der war auch nicht schlecht. Heuleka. Ups. So. Komm her. Muniz schön. Jawohl. Granaten sind das. Komm. Schieß weg. Die brauchen alle so viel. Der Titz. Die können alle bei weitem besser schießen als ich. Ist ja schlimm. Ey. Was ich da mache. Was hoch. Du. Geht ja. Horuk. So. Okay. Die passt nimmer. So. So. Oh. Heide. Die. Nicht schlecht. Treffe ich was? Tatsächlich. Keine Ahnung, ob das da drüben wichtig ist. Ich muss einfach nur mal... Das Dorf eigentlich hier finden. Warte, ich habe kein Runder. Ich muss dich noch mehr sagen. Wah. Aha. Ich habe keine Umfälle zum Treffen. Ich habe keine Umfälle. Ich habe keine Umfälle. Ich habe keine Umfälle. Nein. Jawohl. Ach Gott. Naja, eigentlich muss ich jetzt behalten. Ja, Alter. Ich wollte mich umbrechen. Hier, hier. So, ich hoffe, ich bin da jetzt richtig. Boah, ey. Ich sterben. Ja, ich denke mich am allerwertesten. Ich brauche die Pistole. Pistole. Da. Ich glaube, ich bin da schon hier. Ja, natürlich. Kann ich da wieder raus? Ich will das nicht. Nice. Mit Rüstung. Geil. Und da soll ich rüberkommen? Nie im Leben, oder? Wie komme ich jetzt wieder weg? Boah, ey. Okay. Okay, das war's Kill. Soll man ja gar nicht glauben, oder? Oh Gott, ich hüpfe einfach mal. Was ist denn da hinten? Jetzt bin ich wieder für saufig, ey. Das gibt's ja nicht. Oh Gott. Dann glaube ich hier runter. Oh Gott. Ja, ich sag ja, das Label hier ist ganz wild. Der trifft halt immer, ne? Das ist ein Mistkind. Meine Rüstung ist schon weg. Das ist ja ehrlich. Ich glaube, da runter. Alter Scheide. Ich glaube, da runter. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wohin. Darunter. Wohin sonst. Okay, wohin sonst. Ich glaube, hier runter. Ja, ja. Oder so. So geht's auch. Keine Frage. Na, alter Schwere. Jetzt sind wir wieder... Ja, sicher sind wir wieder da. Na, ma, ey. Ma, ey. Das Label ist voll schwer. Wow, ich weiß nicht, ich schaffe es nicht mehr. Boah, ey. Das Label hat's richtig in sich, meine Lieben. Viele Male werde ich hier sterben. Bin ich mir jetzt schon sicher. Vor allem, weil es ganz wenig Speichermöglichkeiten und Kontrollpunkte gibt. Und das ist echt nicht sonderlich dientlich bei so einem schweren Level. Wenn ich Becher habe, muss ich das LP sogar abbrechen. Wenn ich echt nichts mehr habe an Munition oder so irgendwas, wenn ich alles verschossen habe. Oder keine Leben mehr zusammenkriege. Keine Ahnung. Boah, ey. Das wäre sehr schade. Ich... Puh. Ich habe auch momentan nicht die Zeit, das dann nochmal zu zocken privat. Dass ich wieder einen halbwegs vernünftigen Spielstand hätte, sag ich mal. Boah, das wäre echt bitter. Ich hoffe echt nicht, dass es so schlimm wird. Aber naja, bei mir... Also, hey, nicht machen brauchen, ne? Kann ich wieder zurück? Wäre echt anders... Weiß vielleicht nicht anders? Besser. Schaut nicht aus, dass es anders möglich gewesen wäre. Naja, die kommt schon wieder. Einfach durch. Einfach durch. Wow. Ja, natürlich bleibe ich hängen. Selbstverständlich. Boah, ey. Aha. Den habe ich auch nicht mitgenommen. So. So. Wohin jetzt? Jetzt hätte ich da hergemusst, ne? Dann hätte ich doch... Wo war das? Hey, der verfolgt mir jetzt bis hierher. Du kleiner Bastard, du dreckiger. Achso, ja, genau stimmt. Zuerst was darüber. So. Jetzt was da runter. Dann was hier runter. Dann was hier runter. Oh Gottchen. Und jetzt was hier rüber. Wow. Kontrollbox. Ich glaube, ich spiele. So, und jetzt noch mehr runter. Es schaut da noch aus. Krass, ey. Oh Gott, Specki. Stimmt, ein Specki. Auweh, auweh. Ja, wir haben es hinbekommen. Ich musste nur gerade irgendwie Mausezeichen geben. Ey, Gott, ey. Keine gute Wahl der Waffe, aber das will ich es hin. Alter, ich brauche dann nach dem Bart hier ein paar Nerven-Tabletten, glaube ich. So, ich habe jetzt totale Orientierungsprobleme. Welche Waffe nehmen wir denn? Ich werde dann die Pistole wählen. Ah, da haben wir fast keine Schuss. Ähm. Einmal die. Ah, und da haben wir schon den Schuss. Da haben wir sie ja schon wieder. Du liebes Bisschen. Jo. Ähm. Hm. Wo könnte es lang gehen? Geht es hier lang? Geht es da lang? Ich habe keine Ahnung. Es ist alles... Oh Gott. Es ist alles viel zu groß. Was? Ja. Wir treffen was. Es ist alles viel zu groß. Ich habe keine Ahnung, wo es lang gehen könnte. Ich werde ganz bestimmt wieder ein Schlüssel versäumt. Das weiß ich jetzt schon. Ich denke mal... Keine Ahnung. Was ich denken soll. Ich würde es einfach mal hier... Was haben wir denn ausgerüstet? Pistole. War wahrscheinlich verkehrt. Ja, sicher. Falle ich ins Wasser. Ist logisch. Ist logisch. So, mal schauen, wo es hier... Aha. Da geht es nur in mein Verderben, glaube ich. Zumindest schaut es danach aus. Vielleicht ist dann doch die eine Seite drüben nicht verkehrt gewesen. Ah, ich glaube. Au, au, au. Äh, okay. Ist eine Brüle. Wo kann man nicht hin sollen? Ich habe keinen Plan. Ich habe keinen Plan. Brüle. Mal da. Brüle muss mal da. Vielleicht ist es eh richtig zu meinem Glück. Schauen wir mal. Äh, aha. Okay. Okay. Ein Lift. Okay, dann mal hier stehen bleiben. Ich glaube, noch schießt keiner von uns. Wie spät haben wir es uns später? Äh, ein paar Minütchen haben wir noch. Liebe Zeit. Äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie richtig bin ich. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kein Plan. Äh, ich renne einfach mal. Zur Not muss ich eben wieder nachklubschen, wo wir die Formalitäten speichern. Cool. Wo wir die Formalitäten, ähm, Schlüssel kriegen. Boah, endlich mal was zum Speichern. Wie schön. Leben gibt es auch. Und da kommen auch schon wieder die ersten Gratler. Passt, der ist auch erledigt. Oh, das Speicherbuch. Gibt es, das schaut dann vielleicht gar nicht so verkehrt aus, ne? Wo wir hier sind. Das wäre halt echt... Er ist weg. Er ist auch weg. Das ist ja gut. Halt, da ist noch jemand. Servus. Passt, der ist auch erledigt. Oh, ich hoffe, ich habe es richtig. Ich habe, wie gesagt... Oh Gott. Na, freilich. Granati? Wo bist du? Der war, glaube ich, gut platziert. Ich glaube, das hat gepasst. Und runter bricht er. Okay. Ui, Karamba. So, was ist das? Ah, das ist nur so ein Holzdinger, ne? Natürlich ist eine Rüstung, sehe ich gerade. Aha. Vielleicht kommen wir ja irgendwie dorthin. Ob man hier rüber hübschen kann, bin ich mir gerade unsicher. Achso, da vorn vielleicht. Hier? Das geht sich aus, okay. Jetzt sind wir gleich mit hier. Wah, 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 wah. Langsam. Passt. Echt? Hast du Leben? Na, Funktion. Schäde sein. Wah. Ich hoffe, wir sind hier richtig. Da ist mal nix. Ah, ha, ha, ha. Das ist gar keine Rüstung. Was ist denn? Alien-Waffe. Aha. Eine Alien-Waffe. Ja. Ah, ha, ha, ha. Ist die gut? Nein, klar, natürlich. Warte mal. Ähm. Was nehmen wir denn? Pistole, ha? Boah, ich stirb jetzt. Echt jetzt? Ich stirb jetzt. Mhm. Das ist nicht schön. Ich will da nicht noch mal. Ist jetzt hin? Na. Der überlebt. Na, freilich. Ist logisch. Aber gut, nachdem wir hier sind, können wir ja auch laden. So. Ja, bitteschön. So. Sieben Leben. Passt. Na, servus, Kaiser. Haha. Ja, das wird ein Volksfest. Ich stirb. So. Das wird ein Volksfest. Ich habe keine Ahnung, ob ich richtig bin. Ich habe es schon damals gesagt. Ich werde jetzt einfach nur gierig. Alien-Waffe. Hallo? Wieso denn nicht? Oh mein Gott. Die habe ich vergessen. Ich weiß sie mal. Ich wollte sie ausweilen. Ich bin gerade falsch gelaufen. Merke ich gerade. Ähm. So. Warte. So. Busch. Jawohl. Und auch mal. Die ist zu weit geflogen. Ah! Sicher zu mir zurück. Du Kack-Banade. Wieso trifft es mich hier? Das verstehe ich. Das muss ein Bug sein, oder? Das ist... Also... Bei dem einen Typen, da Video und so jung hat, da hat es nichts gemacht. Da, da, der konnte ein bisschen näher stehen. So. Fast kein Leben mehr. Ich habe mich richtig geschlagen. Der Stier. So. So. Es wird immer besser. Tch. Ah... Scheiben. So, vielleicht sollte ich da jetzt ausnahmsweise mal die Waffe wechseln. Ähm, ja. Die wollte eigentlich gar nicht. Wo ist jetzt die da? Da haben wir alle. Ja, das war gescheiter. Definitiv. Da vorne, Rüstung? Ja, ich habe mich da unten verschaut. Es ist eine Rüstung. Wie schön. Oh Gott sei Dank, es ist eine Rüstung. So, passt. Hä? Granata? Ja. Keine Ahnung, was diese Alienwaffe bringen soll. Ob die gut ist oder nicht. Zum Speichern gehen. Ich glaube, ich werde speichern gehen. Wir sehen ein Stück darüber. Vielleicht kann ich sogar abkürzen. Ja, kann ich. Ich gehe es mal speichern. Ja, bitte. Aber ich mache einen zweiten. Also den hier. Boah, das ist mein Fail-Spielstand. Äh, Spielstand. So. Ja. So, zunächst mal ein bisschen Schutz. Bam, 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 bam. Übrigens, Entschuldigung, wieder einmal wegen der Durchzugsstraße. Es geht momentan. Es geht momentan. So zu sein. Das Leben ist schon. Das habe ich gar nicht gesehen. Also bitte nicht böse sein. Warte, ich tue das selber nicht. Aha. Warte, ich lade nochmal. Ich verstehe schon, dass es mir jetzt... Oder? Ach, scheiße. Ich muss sie lernen. Ich muss das ja lernen. Aha. Aha. So. Okay. Die ist aber praktisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Die geht schön weit. Hat das jetzt hingehauen? Ist er tot? Greif ich ihn? Ja, jetzt war ich unten. Hahaha. Geilo. Ja, ich lade gleich wieder. Klare Sache. Äh, nein. Entschuldigung. Die unteren. So. Äh, die Alienwaffe ist nix für mich. Ehrlich. Äh, ne, dann werde ich irgendwie nicht warm mit der. So, wie schaut's mit Minigun aus? Minigun können wir wieder mal beschießen, ne? Die hatten wir ja schon länger nicht mehr. Bin ich da jetzt richtig? Nein, rein, falsch, ne? Bin ich richtig? Nein, falsch. Darüber muss ich. So. Ja, schon. Sicher. Ja. So. Da-da. Da-da-da-da-da. Nein. Okay, der kommt nimmer. Der hat keinen Bock mehr. Da vorn war doch einer, oder? Hier. Der ist auch weg. Okay. Ah, der steht jetzt wieder da, sozusagen. Passt. Schwusch. 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 Sehr gut. Ich hab jetzt überhaupt keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich werd's mal... Ich werd's mal... Ich werd's mal hier probieren. Wenn sich ein Dorf macht, ist das meistens ein weiter Weg. Also ein Weg zum Weiterkommen, ne? Das heißt, es wär schlau, 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 schlau. Laut unseren Erfahrungen... Ich werd... Uah. Hier mal ein bisschen. Uah. Muss ich schauen. Ich muss aufpassen, was mich geht. Das freck ich noch. Jetzt fall ich wieder in den Augen runter. Das kann ich ja so gut. Irgendwas. Ich glaub, der ist hier. Jo, hat sich angehört. Uah. Oder es war komplett verkehrt, was ich mir jetzt grad zusammengesponnen hab. Das ist natürlich auch möglich, dass hier einfach nix ist. Große Energiezelle. Die war jetzt im Baum. Also im Haus dran. Nein, ich glaub, da bin ich falsch. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Dann gehen wir halt doch hier durch. Horuck. So. Geht ja. Treffen muss man auch können. Was nehmen wir denn? Ich würd sagen... Puh. Ah. Den da? Also... Hab ich jetzt nen Rucksack verloren oder was, ne? Glaub ich. Ach, nö. Weil ich verreckt bin. Ich hab geladen. Uah. Ja, bist du deppert. Was war denn das jetzt? Eine Falle. Diese Bastarde hier. Achso, den hab ich grad gesehen. Entschuldigung. Ich hab nicht gesehen. Ich schwöre auch. Mistfick. Der ist verreckt, jawohl. Passt, der sah hin. Wir haben so viel Pistolen-Munition. Da zählen wir uns ja nicht weg. Das ist natürlich nicht gut. Um nicht gleich zu sagen, das ist fürchterlich. Ich hab nicht weg. Dreck. Läger. 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 Wenig Leben. Läger. Ich mag das nicht, weil ich schreib. Wenig Leben. Läger. Passt. Puh. Ich halte mal den Bogen gespannt. Ich bin auch gespannt. An- und gespannt. Aber ich glaube, jetzt haben wir Ruhe. Ich verschieße den mal. Wechsle auf meine Pistole. So ein Dreck. Habe ich meinen wertvollen Rucksack verloren. Wann ist denn das passiert? Ich habe es nicht mitbekommen. Habe ich überhaupt geladen? Ich hoffe, dass ich geladen habe. Würdest du bitte sterben? Vielen Dank. Müsst ihr hin? Okay. Passt das auch hin? Ach du liebes Bisschen. So. Na, da ist noch jemand drin. Aha. Okay, haben wir erwischt. Ach du liebes Herz. Jawohl, ein Herz. Super, wir haben nur noch fünf Leben. Ich könnte meinen. Ja. Ach du liebes Herz. Naja, es ist halt. Ich muss leider auch lernen. Oh Gott, das will. Ich glaube, was. Ja. Hinter mir war einer. Ach du Heilige. Das ist übel. Das ist richtig übel. So, warte mal kurz. Um Gottes willen, ich habe Überlänge gemacht. Es tut mir sehr leid. Wir werden den Part sofort wehnen. Ihr Lieben, ihr habt das Desaster wieder geschafft. Das ist ja fürchterlich. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.